hallo leute willkommen zu einer weiteren episode hier im hallo 1800 let's play dieses mal wollen wir uns mal wieder ein bisschen weiter in die tiefen des städte baus hier stürzen und mal schauen dass wir hier mal wieder die upgrade party vollführen in unserem kleinen investoren test der mittlerweile mehr als nur ein test ist bald hat sich hier schon eine beachtliche stadt gebildet und da müssen wir mal gucken dass wir diese beachtliche stadt dann natürlich auch ein bisschen adäquat versorgen ich denke mal da müssen wir dann bald auch die routen überprüfen denn es kann sein dass hier die versorgung nicht mehr ausreichend ist von daher schauen wir mal dass wir hier ein bisschen weiter bauen und natürlich dann eben zudem auch überprüfen dass das ganze hier läuft und währenddessen will ich dann natürlich auch noch einige hinweise aus den kommentaren hier umsetzen zum beispiel haben wir hier einen hinweis gehabt dass in der neuen welt doch eigentlich mal ein paar depots nicht schaden könnten hier bei unserem kleinen goldhain und das vollkommen korrekt deswegen machen wir jetzt hier auch ein paar hin das sollte auch erreichen und dann holen wir uns hier noch ein bisschen lehm ein bisschen holz das soll das ganze zu ende bauen können botanische expeditionen brauchen wir nicht quests nehmen wir aber währenddessen immer gerne war deswegen hier eine einfache foto quest das sind mir eigentlich immer persönlich die liebsten einfach ein foto schießen und dafür belohnt werden da fühlt man sich ja fast wie bei der presse kappa bei dem paparazzi dann wollen wir mal hier weiter schicken das ganze hier und ich habe ich hier außerdem noch irgendwo einen warnhinweis gehabt und zwar da wurde ich auch darauf hingewiesen dass hier irgendwo eine raffinerie in die luft gegangen ist jetzt muss man natürlich schauen wo das ganze passiert ist und da haben wir auch schon den übeltäter jawohl und hier sehen wir jetzt auch da fehlt noch eine bechermeldbirne in luisa fehlt noch eine bechermeldbirne das heißt wir oh moment da fehlt noch was ganz anderes bechermeldbirne das nehmen wir hier im cup genau hier haben wir auch schon unser transportschiff schreck 2 darf jetzt hier bechermeldbirne zweimal in die neue welt hier transportiert und dann nehmen wir hier vielleicht noch so eine oxford glocke einen handbohrer mit und ein ferrers kann man immer gebrauchen wer das kann man grundsätzlich immer gebrauchen hier haben einen neuen besucher es ist noch mal jaffan da tut sich jetzt erstmal nichts und ansonsten würde ich sagen machen wir hier weiter mit den archäologischen funden was haben wir hier schönes moment noch mal bitte ich habe doch okay ich habe eine ich habe eine architektur weltausstellung gemacht das heißt da kriegen wir jetzt hier solche sachen so weltausstellungspavillons und sowas das eignet sich ja eher für diese ganze geschichte hier für dieses eck gucken wir mal das ist ja eher was für die ecke hier ja 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 ich habe mal gar nicht drauf geachtet ja gut ist aber nur drei bereits schade wenn man hier vielleicht noch so ein pavillon einsetzen wie wärs denn damit der fügt sich eigentlich ganz gut ein machen mal hier so rein ruckelt gerade ein bisschen und dann würde ich mal sagen machen wir hier noch so eine straße drumherum dann kopieren wir das ganze setzen hier einen wunderschönen pavillon ein vielleicht noch ein türmchen und so runden das ganze hier so ein bisschen ab schon mal dann schaut das hier ein bisschen ja voller aus das ist ja interessant da habe ich mich aber ordentlich verdrückt schauen wir mal hier in die weltausstellung da haben wir nach wie vor unsere wissenschafts ausstellung ein lovely man eine webmaschine und ein teleskop das brauchen wir alles nicht also machen wir hier noch mal eine wissenschafts ausstellung jetzt bin ich auch komplett durcheinander natürlich meine ich ja eine museum ausstellung eine archäologische dass wir da einfach ein paar neue sachen bekommen und jetzt machen wir auch hier eine archäologische expedition und dann sollten wir eventuell das museum voll bekommen eventuell sollten wir hier so langsam das museum voll bekommen jetzt mal hier rein es ist ja schon wohl gefüllt es fehlen hier nicht mehr so viele teile aber ich muss sagen die meisten sets sind halt leider nicht so dolle die sind schon gut versteht mich nicht falsch also man kann schon ein bisschen was damit rausholen ein prozentchen hier ein prozentchen da aber es ist jetzt nichts wo man sagen würde im gegensatz zum botanischen garten das muss auf jede kaffeeinsel oder so da muss man dann schon aussagen botaniker als dlc war nicht ohne also das hat schon einiges verändert und ich bin eben gespannt ob die passage ähnliche grundlegende veränderungen auch im item spiel nach sich ziehen wird das bleibt auf jeden fall noch abzuwarten dann machen wir hier noch weitere depots hin jetzt sollte sich auch das gold lager hier prall füllen können und dann haben wir hier noch eine ariste brate und die können wir hier auf jeden fall auch benutzen die können wir nämlich hier einsetzen für die verringerung des sekt verbrauchs vielleicht schicken wir die ja auch in den radlerhorst und dann gehen wir hier ins cup ab in den investoren test machen hier die nächste upgrade party wunderbar da haben wir ein bisschen zu viel geupgradet und dieses haus hier na wobei das hätten wir sogar bauen können hier wurde nur eine straße vergessen schludrigg schludrigg das geht natürlich nicht und dann bauen wir hier den ganzen block zu ende okay dann schauen wir mal nach den routern guten arbeitsklagen wird bald knapp alles andere schaut gut aus soweit kaffee ist noch in ordnung schokolade schokolade könnte bald zur neige gehen das schaut nicht gut aus außerdem haben wir mal wieder einen aufstand hier warum haben wir hier einen aufstand geht es denn hier nicht gut in der ecke bei einem t müssen wir mal auf den grund gehen was denn da ein aufstand ist in der ecke dann machen wir erstmal die zeitung weg dann ist schon mal schon mal die hier erledigt dann ist das schon mal weg bauaufgabe ein clubhaus machen wir gerne da wäre natürlich ganz witzig wenn das clubhaus noch eine bestimmte zeit stehen müsste gucken wir mal was kriegen wir dafür diese ecke hier gefällt mir auch noch gar nicht bisher da müssen wir auf jeden fall noch ein bisschen was machen da ist einfach so viel leerer nur so viel ungenutzter raum so viel potenzial hier wird es ja langsam immer schlüssiger hier können wir eigentlich bald auch die map abschließen also die map ecke meine ich jetzt das heißt dass wir das wirklich zubauen dazu zählen dann auch solche geschichten hier man kann jetzt ja durchaus ja das hier weg machen dann die straße hier rüber dann ergibt sich nämlich hier ein hohler raum in denen wir hier noch mal trauben setzen können und diese trauben füllen dann hier auch optisch das ganze einfach auf wie viele felder brauchen wir dann hier noch 16 dann machen wir einfach hier das hier sind 32 dann machen wir hier die reihe weg füllen hier auch können diese straße dann eins runter legen und haben dann hier trotz all dem wunderbar einen abschluss einen gebührten dann abschluss dieser ecke hier unten diese straße hier legen wir ein so dann können wir hier und sind die feuerwehr auflegen oder vielleicht sogar fehlt irgendwas was fehlt hier was sehe ich hier nicht ach da oben da oben fehlt schon das feld ok dann machen wir das vielleicht ganz anders das hier weg das hier wird gedreht die ganze straße hier an der seite können wir eigentlich auch weglassen das geht nämlich alles hier rüber diese straße darf ich nicht weg machen das hier ist die hauptader von hier oben die das ganze mit dem kontor verbindet das läuft hier rüber läuft hier unten an verbindet dann hier nach außen das ganze dann kann ich eigentlich hier schon wieder einen weinberg bauen wunderbar so rum so rum das machen wir hier alles zu sehr schön hier wird auch alles abgeschlossen dann machen wir das hier runter diese straßen hier übrigen sich auch so rum dann machen wir das hier einfach alles zu sehr schön ok das hier gefällt mir hier auch noch nicht so wirklich da sind sehr sehr viele feuerwehren das ist zwar schön aber das könnte doch ein bisschen cleaner werden das passt das passt ich würde hier gerne noch irgendwie eine weinberg mit reinkriegen hier ist halt auch noch so eine leerstelle wie wäre es denn wenn wir die straßenverbindung hier oben machen dann kann ich mir nämlich das ganze hier sparen und das hier auch und dann kann ich mir hier eine verbindung leisten eine einzige da müsste ich eigentlich nur noch schauen wie viel platz ich hier genau habe oder wie viel ich da oben vor allem noch brauchen für die 128 ok das wird ein bisschen viel schade hängt schon gerne durchgebaut da und wir bekommen noch eine drei sterne archäologische na hör mal da hat ja jemand unsere unseren wunsch erhört die heben wir uns auf die expedition die machen wir dann mit unserem expeditionsschiff das passt eigentlich verheddert dann nehmen wir das zweite und gucken mal na haben wir leider verloren das event dann machen wir doch vielleicht den straßenabschluss so dass ich wenigstens da oben dass ich genau dann kann ich nämlich hier den weinberg machen das war die lösung die mir gerade nicht aufgefallen ist und dann kann ich von hier unten auffüllen genau sehr schön so dann haben wir aber hier immer noch das problem mit der mine aber ich glaube da lässt sich dann wirklich nichts neues mehr einbauen das heißt hier mache ich einfach einen wald rein schaut ja auch nicht schlecht aus das hier verschieben wir und dann mache ich hier drüben nochmal einen weinberg um das ganze abzuschließen ja den machen wir vielleicht einfach hier rein und dann können wir hier noch ein schönes feld mit wein beziehungsweise es ist ein weinberg für die sektkiller 3 das verwundert verwirrt mich jedes mal mhm kriegen wir hier noch einen weinberg rein hier in die ecke auf ein feld geht es nicht auf schweinerei schweinerei auf ein einziges feld das wäre auch zu schön gewesen stell dir mal vor einfach aus purem zufall das ganze schließt sich auf ein feld ab das wäre was gewesen aber es wurde uns leider versagt dieses kleine erfolgs moment fast perfekt ist eben nicht perfekt und dann machen wir hier noch zu ja das schaut doch ganz gut aus und damit habe ich hier bis aufs letzte feld das ganze zugebaut es ist nicht alles bis aufs letzte feld genutzt muss man dazu sagen also es ist weit vom optimalen optimalfall entfernt aber ich würde sagen es ist auf jeden fall ein schönes bild wenn man jetzt hier auf die icons ausmacht dann hat man hier auf jeden fall ein schönes rundes zu ende gebautes bild hier auch mit dem wasserfall sieht das einfach schön aus finde ich dann hat man hier einfach so einen schönen ausblick hier in die weiten der mit feldern übersäten und mit bäumen abgeschlossenen insel ecke hier das passt und bevor wir jetzt ewig weiter sammeln kommen wir hier runter und können das nächste den nächsten schritt sozusagen in der upgrade party hier gehen gucken wir mal noch ein bisschen genauer rein ob da irgendwas noch fehlt nein alles wunderbar dann schließen wir das hier ab und haben die 250.000 geknackt das ist auch schon wieder so eine schöne neue grenze 250.000 ist auf jeden fall eine ansage also ich weiß zwar nicht an wen aber ist einfach eine die viertel millionen sozusagen also es geht voran und hier machen wir jetzt die bechermellbirne rein und dann ist auch hier das ganze schön abgeschlossen eine runde ölforderung auf jeden fall förderung eine ölförderung pardon hier haben wir noch ganz ganz viele ölquellen offen und dann müssen wir mal schauen denn schokolade sah ein bisschen kritisch aus im investoren test was das was sagt die schokolade hier schokolade sagt 18 ok wo geht die schokolade hin schokolade geht hier von tombola nach radlerhorst und von radlerhorst zum investoren test das heißt wir müssen jetzt im radlerhorst schauen wie da die schokoladen füllstände sind und hier und hier schaut es eigentlich relativ voll aus das heißt wir brauchen noch ein schiff auf der route das war etwa nur der börsenmakler um den müsst ihr euch keine gedanken machen der ist quatsch ich habe sie jetzt aus vorsehen angenommen oh das hätte ich annehmen müssen ah Mist das tut mir leid jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten auf die nächste quest das hätten wir annehmen müssen Scheibenkleister schade gut nächster stufe hier in der expedition gucken wir mal hier weiter hmm schade schade ich glaube das war die nächste quest da verklickst du dich einmal ich glaube neun stunden muss man im moment warten irgendwie sowas war es wenn man einmal die quest weiter drückt dann wartet man neun stunden dafür wartet man aber keine zwei sekunden auf den nächsten verbrast das ist angenehm das nehme ich auf jeden fall gerne mit so kann ich verhandeln also neun stunden auf eine quest warten aber zwei sekunden auf den pferd das nehme ich jederzeit nicht böse gemeint was die queststreiber angeht aber ähm pferd das hallo sehr schön vielleicht kriegen wir sogar nochmal einen hin dann können wir noch mehr goldminen hier ausstatten ich habe ja auch schon wieder aus dem augenwinkel gesehen dass die schmuckproduktion durchläuft weil eben immer noch golderz fehlt von daher da müssen wir noch viel 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 mehr fördern im endeffekt einfach alle inseln durch aber schön schön zu sehen auf jeden fall dass das jetzt das gerinkt dass das 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 problem ist und damit ja können unsere probleme so schlimm nicht sein wenn das eigentlich nur ein goldmangel mhm gucken wir mal hier kein schiff frei okay den hier gebe ich ab und dann schaue ich mal ob ich hier irgendwo was austauschen kann ja dann machen wir statt einwohner max einfach mal ein bisschen sekt äh reduktion einwohner haben wir nämlich genug und dann schauen wir mal hier weiter nach einem pferd oder drei einen habe ich ja gerade rüber geschickt das heißt den kann ich dann auch wieder weiter schicken mir fällt nämlich gerade auf ich habe einen pferd zu einer insel geschickt wo ich ja schon drei haben müsste wenn mich nicht alles täuscht zwei magnetiker habe ich jetzt auch schon wieder auf lager die kann ich dann auch zusammen mit den beiden anderen items hier zumindest toren test schicken dann können wir das hier schon mal leer machen dann brauchen wir hier noch ein einwohner item und dann schicke ich das rüber das heißt genau dann nehmen wir hier den elliot mit und schicken das ganze ins cup und dann schaue ich hier in die neue welt und sehe dass ich hier bei dodo embarazo oder embarazo keine ahnung was ausspricht auf jeden fall sehe ich dann hier zack da ich meine drei fehrrasse die sind also bedient das heißt ich packe hier meine sieben sachen die ich hier drin habe und fahr das ganze hoch genau hier wollte ich das hinhaben jetzt weiß ich auch endlich wieder was der plan war und dann hauen wir hier in den feras rein insel der liebe okay da dürfen wir uns jetzt auf jeden fall nicht irritieren lassen bei der sirenen insel und dann schauen wir mal hier kurz rein ich habe schon wieder viel zu lange beim hugo nicht vorbeigeschaut eine kurze hugo runde in ehren oh doktor oh doktor okay das klappt schon mal nicht dann ab ins cup ne auch da haben wir pech schade dann ab zur upgrade party zwischendurch wieso wird mir die eigentlich nicht angezeigt kein eisen mehr das ist ja was ganz neues ey kein stahl dann schicken wir den auf jeden fall rüber das müsste aber eigentlich schnell gehen denn ich habe hier auch einen weiteren Mangel und zwar habe ich hier wenn mich nicht alles täuscht auch bald keine arbeitskleidung mehr das hier muss in die neue welt dann gucken wir mal schnell in die weltausstellung die quest kann ich löschen die kann ich eh nicht erfüllen oder ich kann schon aber ich will nicht und dann gucken wir hier weiter nach einem weiteren pfers grigor der geologe den brauchen wir gerade nicht mhm sapr schicken wir ja gerade vier rüber bin ich mir gerade nicht sicher ob wir da noch mehr brauchen schau nochmal nein da war ein Magnetiker naaa nein ich hasse meinen Klickfinger warum klickt der so schnell ich bemühe mich ja schon ich bemühe mich doch schon aber ich klicke einfach immer wieder die guten Items weg hat jemand eine Strichliste zufällig? Führt jemand Strichliste wie viele Pferrasse und wie viele Magnetiker wir hier schon überrollt haben? das ist doch verrückt das ist doch der absolute Wahnsinn Eieieieieieiei Gucken wir mal Explosion in der Glühbirnenfabrik Ah ja da macht viel zu wenige Feuerwehren viel zu wenige Feuerwehren das ist auf jeden Fall eine berechtigte Explosion Ja da habe ich auf jeden Fall was vergessen und werde hier zugleich bestraft Zurecht Zurecht Da müssen wir dann nachher auch nochmal aufräumen Das war auf jeden Fall leichtfertig Ab durch den Berg Fotoaufgabe Sehr schön die zweite schon dieser Episode Die zweite Fotografieaufnahme nehme ich natürlich dankend entgegen Nun nochmal ein kurzer Abstecher zu Dr. Messier Der uns hier leider enttäuscht Da bietet er mich hier eine Lieferaufgabe Die will ich auch nicht haben Das Haus von dem Cousin Pablo ist abgebrannt Dann bauen wir ihm noch ein Haus Pablo Das lassen wir sogar stehen glaube ich Dann Expedition Der nächste Schritt Beim letzten Mal hatten wir ziemlich Glück mit den Expeditions Äh Belohnungen Dieses Mal leider nicht Der güldene Kriegshelm ist jetzt nicht Das Highlight das ich mir erhofft hätte Und hier müsste jetzt noch ein Feras angekommen sein So ist es Dann schicken wir aber den Rest Hier zurück in die alte Welt zum Einkaufen Und den hier Den schicken wir auch in die alte Welt zum Einkaufen Ich habe jetzt hier noch einen Feras Habe ich noch irgendwo eine Doppelmine Das schaut doch nach einer Doppelmine aus Sehr schön Doppelminen immer sehr gut Eine Handelskammer Zwei mit einem Streich Ich meine gut Mittlerweile sind wir halt auch mit Mit unserem Einfluss durch Ich glaube nicht dass wir da nochmal Probleme bekommen Aber wenn der Einfluss noch nicht in Strömen fließt Dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache Sich erstmal auf die Doppelminen hier zu fokussieren Und man findet immer wieder solche Spots Wir haben ja auch in der alten Welt Zum Beispiel sogar einen Vierfachspot Die hier halten wir jetzt erstmal noch kurz an Bis der Sapeur da ist Dann noch eine volle Zeit dazu Und der Rest wird mit Feuerwehren aufgefüllt Denn auch hier können wir Ein bisschen was An der Produktivität ändern Und zwar Indem wir hier am Arbeitsmotivationsregler So könnte man es fast nennen drehen Wie schaut es hier aus mit den Goldvorräten Schlecht Aber ich habe gerade gesehen Da sind die Trauben voll Das heißt wir machen hier eine Route Und zwar von Palras nach Capture Lorni Und liefern hier noch unsere Trauben ab Auch das war ein Hinweis aus den Kommentaren Von daher vielen lieben Dank dafür Und dann liefern wir die hier ab So Das füllen wir hier auch Dann haben wir hier noch einen Besucher General Ewing Thompson Was war das gleich nochmal Einfach nur damit ich es weiß Ich glaube das war nichts Gutes Ihre Militärgebäude fügen erhöhten Schaden zu Wenn ihre Trefferpunkte niedriger sind Ein legendäres Item für Abwehrgeschütze Und das sind halt so meistens die Sachen Die ich dann einfach Ja wegschmeiße Und den hier bräuchten wir auf einer Insel Mit vielen Farmen Denn wir haben hier die Seemaschine dabei Also ab damit nach unten Und irgendwo haben wir auch die Sapere Genau Und die können wir jetzt erstmal Ich glaube hier brauchen wir die nicht mehr Das heißt wir schicken den hier runter Dann schauen wir noch auf die Goldroute In dieser Insel Da müssten wir ja auch schon eine haben Jawohl das passt Also Goldrouten sind etabliert Goldproduktion wird nach oben gestraubt Jetzt müssen wir dann eben schauen Dass sich das Ganze einpendelt Außerdem haben wir hier eine prächtige Wissenschaftsausstellung noch beendet Genau hier haben wir auch nochmal das Porthemden Massenmontageband Ein absolutes Top-Item 60% Produktivität nochmal Und dann machen wir hier nochmal die Archäologie Wunderbar Ich glaube ich habe jetzt dreimal die falsche Weltausstellung genommen Unfassbar Jetzt ist es endlich die richtige Meine Güte Meine Güte Okay Das heißt wir haben hier noch ein Montageband auf der hohen Kante Ich glaube die Dampfwegen reichen aber komplett bisher für alle drei Inseln Bei Dampfwegen braucht man aber auch wirklich nicht so viele Gebäude Die Abdeckung beziehungsweise der Umsatz ist da schon sehr 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 gut Die Umlage Okay Ich sehe die Schmieden laufen Das ist ein gutes Zeichen Gucken wir mal Okay Nevermind Gold nach wie vor leer Aber immerhin sind sehr viele andere Sachen voll Das freut mich Zigarren sind leer Zigarren sind aber in der neuen Welt voll Das heißt wir brauchen hier ein Schiff auf der Zigarrenroute Hier liefern wir noch Stahl ab Dieses Schiff braucht Items Also ab in die alte Welt Und irgendwo haben wir noch ein Stahlschiff Theoretisch Der hier muss noch hierher In den Investoren Test Weil er hier noch wichtige Items im Gepäck hat Hier kommt noch ein neuer Besucher Den brauchen wir nicht Steen der wilde Grenzer Einfach vergessen dieses Item Ähm Einfach nicht nutzen Steen der wilde Grenzer Abspeichern als Nein Nein Ne So Dann haben wir hier den Zappeur 1,2,3,4 Ich glaube vier Stück brauchen wir auch Eine brauchen wir hier Eine brauchen wir hier Und dann haben wir hier noch zwei Goldminen Eine haben wir hier Oh die kriegen wir nicht mehr rein oder? Autsch Wobei wir könnten den hier machen Hm 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 Okay es wird schwierig Es wird schwierig Ich will da nämlich dann nochmal ein paar mehr Baumwollfelder Das heißt ich mache den hier einfach alleinstehend Den machen wir hier alleinstehend für das erste Dann brauchen wir doch nicht alle Sapöre Und hier haben wir ja auch das Problem Hier noch die Straße vergessen Okay, cool Und da haben wir die Handelskammer Hm Hier müsste noch ein grüner Tierhof rein Das wäre auf jeden Fall noch eine Verbesserung Der grüner Tierhof Dann kommt hier die Seemaschine rein Und der Alsag hier Den können wir uns auch mal anschauen Eine Seemaschine haben wir Und dann kommt hier noch die Seemaschine rein Sehr schön Und dann Hm Uh, Expedition läuft Die endlosen Dünen Gucken wir mal Aber hey, die 250.000 haben wir erreicht Hier haben wir Kaffeebohnenmangel Das sollte eventuell hier die Seemaschine ein bisschen beheben Die macht jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Action hier Und da müsst ihr mal schauen Hier haben wir eigentlich ein Lagerhausproblem Ich weiß nicht warum Ich glaube, weil dieses Lagerhaus herrmungslos überladen ist Und eines von den Äußeren Genau dieses hier Kriegt zu wenig ab Das ist ein bisschen schade Aber ich will hier eigentlich auch nichts mehr umbauen Aber hier brauchen wir eventuell dann bald noch mehr Kaffeebohnen Und was wir hier sehen Meine Damen und Herren Sind die nächsten Goldproduktionsstätten Das allerdings Ist dann auf jeden Fall eine Sache für kommende Folgen Von daher Eine Viertel Million ist geschafft Mal schauen, wie viele Einwohner in diesem Let's Play Noch geknackt werden Welche Einwohner Grenzen wir hier noch durchstoßen Bis dahin machen wir aber auf jeden Fall hier noch einmal Upgrade Party für die Feier des Tages Und damit verabschiede ich mich auch schon Bis zur nächsten Episode Und falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen sollten Wünsche ich euch natürlich Einen guten Tag Einen guten Abend Und eine gute Nacht Nacht